geht das euch auch so langsam vermisst man das traden ja schon wieder ich weiß einige haben die zeit zwischen den jahren also nach weihnachten vor neujahr schon genutzt und gesagt der mensch da geht auch noch ein bisschen was allerdings muss man dazu sagen beim dax ist man froh dass es jetzt nun endlich vorbei ist denn diese schiebewurst die hat jetzt keinen wirklichen spaß mehr gemacht und man freut sich dass es vielleicht dann im nächsten jahr dann endlich wieder richtig los geht wie in welche richtung naja der verdacht besteht dass wir tatsächlich jetzt so langsam aber sicher mal rücksetzer haben also das ist jetzt nicht eine ankündigung dass es zwangsweise am 2 januar dann gleich dann darunter plumpst aber wir haben immer noch die schon auf der short seite getriggerte umkehr kerze hier den shootings da im wochenchart beim dax index das lässt zumindest mal vermuten dass einige marktteilnehmer wenn wieder liquidität rein strömt auf den rücksetzer hier setzen und dann von dort aus vielleicht der nächste anstieg dann richtig weiter nach oben geht das jahr 2024 so hört man ist in guter situation man hat eigentlich eine ganz gute meinung das sollte eigentlich gut weitergehen im nächsten jahr ob mit pause oder ohne das werden wir uns natürlich dann angucken wenn es soweit ist verdacht auf pause besteht aber wir haben ja keine idee wie wir mit solchen signalen umgehen an welchen stellen man gegebenenfalls dann weiß nee das ist es halt doch nicht die amerikaner haben ja noch ein bisschen was vor sich deshalb kann man da vielleicht noch ein wenig wenigstens drauf gucken und mal sehen wie es hier aussieht beim dao ist es gar nicht so attraktiv jetzt vor allem auch nichts neues gegenüber gestern aber der markt bietet uns trotzdem noch eine kleine leseübung an zum beispiel beim s&p und auch beim nasdaq die ich euch nicht vorenthalten will als kleine einfach nur so in erinnerung rufen situation wie sieht sowas typischerweise aus wenn man sowas auch zum beispiel intraday handeln kann und da hatten wir eine situation ihr seht das der kurs kam hier aus der tiefe in diesen auf diesen hochpunkt hier hoch und da ging erst mal eine abwärtsbewegung wir machen das einfach mal wir spielen das jetzt mal ein bisschen nach so jetzt haben wir so eine bewegung ihr guckt dazu der kurs wackelt er kommt hier irgendwie wir wissen starke bewegung schon mal verdächtig insbesondere wenn es ein fünffäller ist also wenn man irgendwie den eindruck hat dass der kurs in irgendeiner form jetzt müssen wir nach die richtige taste drücken eins hier eine gegenbewegung zack hier noch mal eine ähnliche gegenbewegung gleiche größe und dann runter also ich vergleiche das nochmal das sieht schon sehr typisch aus wenn ich mir das hier angucke wie ein fünffäller wenn dem so ist dann wäre es ja ideal wenn jetzt als nächstes eine korrektur hier käme wir erinnern uns korrekturen sehen entweder irgendwie wackelig aus oder irgendwie a b c beides grundsätzlich in ordnung wobei eigentlich die korrektur wenn sie von der richtigen größe ist irgendwo in diese zone idealerweise reinlaufen sollte es kann ein bisschen niedriger sein da war ein bisschen höher aber das ist so ich sag mal so eine lieblingszone für eine korrektur also dass das vielleicht irgendwie in dieser art hier hoch geht oder irgendwie anders wackelig aber da oben so rein läuft das wissen wir zu dem zeitpunkt nicht allerdings hier im fünfminuten chart hat man vielleicht eine idee da war vielleicht schon mal eine unterstützung und dann ist hier dann noch so eine umkehr kerze manch einer achtet darauf hier seht schon der markt verhält sich hier ein bisschen eigenartig als zumindest finde ich dass im nachthandel natürlich immer so ein bisschen anders aber hier zu europäischen zeiten ist das eigentlich eine geschichte die man durchaus auf dem plan haben kann also fünfminuten chart bietet zumindest meine umkehr kerze an wir handeln diese umkehr kerzen nicht typischerweise im fünfminuten chart wenden wir das ganze im institutionellen handel jetzt selber nicht an aber wer solche signale eben auf kurzer ebene handeln will die finde ich grundsätzlich gut die habe ich jahrelang auch gehandelt jetzt ist nur folgendes die scharfe bewegung war ja abwärts wenn das wirklich die erste bewegung ist und anschließend weiter runter geht dann müsste es hier ja korrektiv hochgehen das heißt das ist zwar ein kaufsignal also wenn er hier drüber geht aber in eine korrektive bewegung das ist etwas was ich manchmal ins kalkül ziehe lieber nicht unbedingt aber was man natürlich machen kann dass man sowas in der richtung handelt so dann machen wir wieder den fokus rein jetzt auf der bewegung haben wir tatsächlich eine bewegung hier gekriegt und da sehen wir schon wir haben ersten aufwärts arm der ist auch bis daran gereicht aber der sieht nicht korrektiv aus korrektiv müsste eigentlich eine korrektur hier bieten und dann klassischerweise das was wir vorne hatten da hinten nochmal so in etwa müsste das aussehen da könnte man sogar auf dieser kleinen ebene hier noch mal long handeln wenn man hier einen sinnvollen einstieg kriegt der genügend chance risiko potenzial eben hat also dass man hier zumindest ein ganz gutes verhältnis eben hat jetzt ist es tatsächlich hier ganz klar wackelig runtergekommen a b c und anschließend haben wir tatsächlich das gesehen schub nach oben korrektur runter schub nach oben also so in der richtung sieht das aus wenn der kurs jetzt hier in der situation weiter nach oben geht keine short situation kriegen wir hier eine umkehr kerze kann man short gehen wenn der kurs hier durch geht dann ist diese aufwärtsbewegung mit steigenden tiefs und steigenden hochs möglicherweise zu ende wenn die korrektur aber zu ende ist ist die eigentliche erwartungshaltung dass wir das was wir hier vorne bekommen haben von dort bis da gemessen auf dieses zwischenhoch was wir hier haben das ist vorbei und das was wir vorne bekommen haben das kommt hier nochmal ich mache mal hier mein blaues geklehe ein bisschen weg dass wir es ein bisschen besser verfolgen können aber nur dass ihr so ungefähr aus seht wie das aussehen kann für diejenigen die das jetzt zum ersten mal sehen ich muss euch warnen das sieht längst nicht immer so aus das schöne ist aber wenn es so aussieht dann haben wir aus meiner sicht immer einen ganz guten ansatz an der stelle beim bruch dieser logik steigende tiefs steigende hochs ja also wenn der kurs da da durchgeht dass wir irgendwo da unten hinkommen das kann manchmal ein bisschen weniger sein das ist häufig sogar deutlich mehr aber so eine grobe orientierung wenn man wissen will bis was muss ich denn da in etwa rechnen das ist dann entsprechend diese marke und dann hatte man gegebenenfalls die chance dann zum beispiel so eine abwärtsbewegung dann mitzunehmen also ihr seht das ist jetzt mustergültiges keine sorge das ist leider nicht immer so mustergültig es ist häufig so dass sie sagen ich weiß auch nicht so richtig oder dass ich sage sieht mustergültig aus aber das chance risiko gefällt verhältnis gefällt mir einfach nicht deshalb ist das einfach kein trade aber das wollte ich euch hier mal zeigen einfach als augentraining damit ihr auf diese situation so ein bisschen ja wir sagen immer dass sich das auf die netzhaut brennt dass wenn ihr so ein szenario seht dass ihr sagt also wenn der da unten durchgeht da geht noch mehr auf der abwärtsseite ja das ist so das ziel jetzt dieser übung nicht jetzt im nachhinein guck mal da konnte man reich werden ja wenn ich im nachhinein die lottozahlen angucke weiß ich auch wie ich reich geworden wäre aber mir geht es darum dass wir dieses prinzip dieses verfahren sehen denn viele sagen immer man sieht das erst im nachhinein dieses szenario ist genau das schub in eine richtung idealerweise 1 2 3 4 5 korrektiv in die andere richtung korrektur ist gerne dreiwellig abc in den raum rein hatte ich eben eingezeichnet trigger auf der abwärtsseite oder umkehr kerze hier und da hatten wir hier nicht zumindest mal für mich jetzt nichts was irgendwie auffällig ist sieht so ein bisschen aus wie ein shooting star streng genommen ist aber der teil hier zu kurz dafür also insofern ist das nicht so super spannend ihr seht wer jetzt hier long gegangen wäre über dieser hier stop hier unten drunter hätte sicherlich auch seinen spaß gehabt aber ihr seht auch das ist halt eine korrektiv bewegung und eigentlich ja nicht das was wir idealerweise handeln würden wenn wir hier eine umkehr kerze haben mag ich das lieber wie gesagt die ist jetzt eigentlich nicht so schön deshalb für mich jetzt nicht so wirklich relevant gewesen aber die ist deshalb schöner weil wenn das wirklich vorbei ist diese gegenbewegung dann kriegen wir ja wieder eine starke abwärtsbewegung das heißt dann initiiert diese umkehr kerze nicht eine korrektur sondern eine starke bewegung ja also das ist aus meiner sicht immer vorzuziehen wenn das geht leider macht der markt das nicht immer so schön aber wenn dann kann man das ja mit im hinterkopf haben so also lassen wir das mal so stehen jetzt gucken uns noch abschließend den nasstag an ich weiß gar nicht ob man jetzt heute noch großartig was machen sollte aber ihr seht hier ebenfalls leseübung 1 2 3 4 5 selbst wenn man das als ein dreiweller auffasst hier vorne eine klare korrektur in die mitte rein und dann hier hinten ebenfalls nochmal die abwärtsseite runter ist es beim nasdaq natürlich relativ ähnlich wie beim s&p das ist gar nicht so selten und vielleicht auf einer noch kleineren ebene schub jetzt hoch a b c hier runter und dann hätte man hier nochmal die aufwärtsseite also ihr seht dieses grundprinzip das findet immer wieder statt das könnt ihr immer wieder sehen und falls ihr das seht nutzt das ganze ja das bietet auf jeden fall chancen ob man jetzt vor im jahr noch unbedingt was machen soll das ist wahrscheinlich nur für diejenigen die sie jetzt gar nicht mehr abwarten können ich muss ganz ehrlich sagen ich freue mich auch wenn es nächste woche wieder intensiver ans gucken geht und dann ziemlich wahrscheinlich ab dem achten januar wieder auch mit vielen neuen trading ideen für uns zumindest mal ihr könnt natürlich auf eigene faust gucken denkt aber immer dran aktuell ist der markt noch ein bisschen dünner viele marktteilnehmer fehlen viele typische systeme die jetzt normalerweise im handel aktiv sind die sind aktuell ausgeschaltet weil eben große institutionelle jetzt auf kleiner lunge unterwegs sind das volumen passt nicht so die belegschaft ist unterwegs und so weiter also das führt häufig dazu dass es abweichungen gibt deshalb vermute ich noch nicht ziemlich sicher dass wir in den nächsten wochen schon die erste nächste woche die nächsten trades hardcore mäßig platzieren können über das ein oder andere natürlich sprechen aber dass es richtig losgeht davon gehe ich aus ab dem achten dann in etwa dann haben wir dann wieder normale marktbedingungen und dann können wir dann davon ausgehen dass das auch sich wieder einigermaßen typisch verhält denn ich hatte es ja vor der weihnachtspause sozusagen schon erwähnt zwischen den jahren ist halt häufig der markt ein bisschen anders ein bisschen eigenwillig hat so ein bisschen seine eigene geschichte und unsere erfahrung im vieljährigen vergleich ist dass bei uns der wirkungsgrad in dieser zeit deutlich nachlässt also die ergebnisse sind in der phase tendenziell schlechter naja kein wunder wenn der markt hier so wenig hin und her eiert das ist natürlich immer so ein punkt den man eingehen kann intraday durchaus möglich also für diejenigen die jetzt noch last minute in diesem jahr was machen wollen schaut euch gerne noch mal an ob ihr aktiv werden wollt ansonsten sehen wir uns im nächsten jahr wieder nicht am montag denn da ist neujahr da macht das noch keinen sinn drauf zu gucken aber am dienstag werden wir gemeinsam auf die märkte gucken und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf wenn es da vielleicht dann schon die allerersten impulse des neuen jahres gibt die dann vielleicht verraten ob es wirklich direkt weitergeht oder ob der markt dann noch mal eine runde in die pause geht für diesen augenblick bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig als euch einen wunderbaren übergang ist neujahr zu wünschen genießt das im kleinen wie im großen kreis wie auch immer ihr das begehen wollt ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares ein erfolgreiches ein glückliches und ein gesundes neues jahr meine allerbesten wünsche bis zum nächsten mal ciao ciao